Hallo, ich bin der Jürgen und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, alles über Engelskarten, also Engelskarten zu ziehen, über die Möglichkeiten, über Engelskarten zu kaufen, sich zu informieren auf meiner Webseite. Ich packe den Link unter das Video, könnt ihr mal anklicken. Ich freue mich auch über jedes Abo, ganz klar über jeden Kommentar und wollte euch auch mal fragen, was für Themen soll ich euch noch machen, also was für Videofilme soll ich da noch drehen. Ich bin der Coach, Berater, Kartenleger und möchte euch mal fragen, für welche Themen seid ihr offen, ja. Wie gesagt, ich freue mich auch über jeden Kommentar und ich werde auch jeden beantworten. Ich mache hier ein kurzes Video, kurz und knackig, ganz einfach, ja. Und ich bin mal gespannt über eure Kommentare. Okay, bis zum nächsten Mal, ciao, auf zu Sie, euer Jürgen, bye bye. Bis zum nächsten Mal, ciao.